Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu einer kleinen Episode Palia. Mit mir, dem Fried, aber unschwer zu erkennen, sind wir hier nicht im Spiel selber, auch wenn ich jetzt hier ein schönes Zeichentool habe, mit dem ich zum Beispiel das malen kann. Ganz herzlich willkommen. Also, ich habe jetzt hier das Video von gestern und das lassen wir jetzt mal durchlaufen, weil da doch noch einige Sachen drin sind, die du vielleicht übersehen hast, die ich vielleicht übersehen habe. Gestern war das Video ja nicht ganz so lang von mir, das habe ich schnell aufgenommen. Hier ist nämlich schon mal der erste Unterschied. Jahreszeiten bei Palia, so sieht es nämlich aus, die Blätter verfärben sich. Der Herbst ist ja bei uns eigentlich schon da, auch wenn wir ja dieses Wochenende noch mit sehr schönem Wetter rechnen können. Ich kann auch mal einblenden, was denn auf dem Discord-Server geteilt wurde bei Palia. Da sind nämlich noch ein paar mehr Informationen zum Update und die klingen richtig gut. Aber lasst uns doch erstmal eben hier drauf gucken. Die Blätter verfärben sich und das Dorf, oh, sieht das nicht schön aus? Es ist einfach dann ein ganz neuer und cooler Look, gehe ich mal ganz stark davon aus, den wir dann in dem ganzen, nicht nur in dem ganzen Dorf haben werden, in der ganzen Welt von Palia haben werden. Da freue ich mich richtig drauf. Am 24. kommt ja das Update immer so 7 Uhr abends und da war auch gerade schon das Symbol für den Magi-Markt. Und das hier steht auf jeden Fall für die neuen Quests, denn es sollen auf jeden Fall neue Quests kommen. Keine Storyline, das glaube ich nämlich nicht, aber so ein paar Quests, die mit dem Magi-Markt zusammenhängen, das wird dann auf jeden Fall kommen. Und das hier ist das brandneue Minispiel. Das ist nicht dort, wo sonst die Hotpot-Tische standen. Wir sehen jetzt hier auch gar keine Hotpot-Tische, ne? Wenn ihr euch das mal anguckt, zum Beispiel dieser Bereich oder dieser Bereich, hier, da standen sonst überall die Hotpot-Tische. Das ist jetzt gar nicht der Fall, da sind jetzt gar keine. Dafür haben wir jetzt aber diese schönen Ballons, die über dem Wasser schweben und die man dann abschießen kann mit dem Bogen. Also ein brandneues Minispiel. Oh, da freue ich mich schon richtig drauf. Und was auch zurückkommt, hier, diese Aufsteller. Ich denke mal, dass man die dann auch kaufen kann. Es gab ja auch wilde Diskussionen, wie das dann aussieht mit dem Gold. Also braucht man jetzt viel Gold, wenig Gold. Also ich gehe ganz stark davon aus, es wird wieder so Tickets geben oder dann vielleicht auch noch bei dem Minispiel so Münzen. Und die Münzen kann man dann hier benutzen und kann dann tolle Sachen bekommen. Oh, guckt euch das mal an. Neue Plüschtiere. Was haben wir denn da? Fangen wir mal oben an. Oben links. Wir haben eine Schnecke. Wir haben einen... Oh, der Frosch sieht aber süß aus. Dann haben wir eine Karotte. Dann rechts unten einen Käfer. Daneben so Sellerie oder so was. Und so ein kleiner Mini-Steinbock. Ich glaube schon. Ich glaube, das war so ein Mini-Steinbock. Dann sehen wir das aber nochmal, wie das aussieht dann, wenn die dann kaputt gehen. Da. Der Greifautomat. Ich glaube, das ist so ein Mini-Steinbock. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Sie sagen ja auch. Also, der Magimarkt kommt zurück. Dann gibt es neue Quests. Mini-Games. Plural. Mini-Games. Da bin ich ja mal gespannt. Äh, Plüschtiere und mehr zum Erkunden. Dann natürlich das, was ich eben schon gesagt habe. Dass natürlich dann die Welt sich färbt zum Herbst. Also, alles ist im Herbst-Look. Oh, da. Ganz interessant, was wir jetzt hier sehen. Zum einen, das, was man dann wohl kaufen kann. Also, die Snacks. Oh, sieht das nicht süß aus? Das sieht schön aus. Auf jeden Fall. Äh, ich bin mir nicht ganz sicher, was das hier ist mit den Möbeln. Aber es soll ja auch ein brandneues Möbel-Set kommen. Also ein Halloween-Set. Dann haben wir natürlich hier, unschwer zu erkennen, die Masken. Die Masken kommen ganz neu zu Palia, aber wird dann wohl in den Premium-Shop kommen. Genauso natürlich wie die Halloween-Katze. Ist das Salem? Ist das etwas Salem, die schwarze Halloween-Katze? Wer weiß, wer weiß. Aber auf jeden Fall cool, dass so viele neue Sachen kommen. Dann hat man ja auf jeden Fall wieder zu tun. Und da kann man sich dann hier fotografieren lassen. Und dann kann man das, denke ich mal, auch käuflich erwerben. Das brauche ich auf jeden Fall. Das Outfit kommt mir ehrlich gesagt auch nicht bekannt vor. Ich habe aber keine Ahnung, ob es die Outfits halt schon gibt im Premium-Shop. Aber wir wissen natürlich, dass mit jedem Update auf jeden Fall neue Outfits kommen. Ach, das hier nicht. Das ist ja so an, eher so an die Antike, an die römische Antike angelehnt jetzt hier. So ein bisschen mit dem Lorbeerkranz da oben, mit den Flügeln. So als Gladiator oder als Feldherr, würde ich jetzt mal sagen. Das hatten wir... Das hatten wir noch nicht. Ich glaube, das hatten wir noch nicht. Und da jetzt noch einmal das Update am 24. Ach, der Herbst erwacht. Da freue ich mich schon drauf. Weiteres noch was zu erwähnen gibt. Weitere Potato Pots als Login-Belohnungen. Das klingt auch schon mal ganz gut. Und der Halloween-Store ist dann auch wieder da, so wie sie da schreiben. Ähm, ich hab letztes Mal keine Erinnerung da dran an den Halloween-Store. Ich weiß es wirklich nicht. Sonst ist er ja immer in Kilimar hinter den Geschäften, zum Beispiel von Tisch oder auch dem Gemischtwarenladen. Auf dem Platz war ja sonst auch immer so ein Shop. Ähm, ich denke mal, dass dann da der Shop auch sein wird. Der Halloween-Shop. Viele coole Sachen. Wenn ihr noch Ergänzungen habt dazu, schreibt sie gerne in die Kommentare. Wobei, nee, man sieht es doch sogar. Ich bin so blöd. Man sieht es doch sogar hier auf der Karte. Das hier ist ja eindeutig, das ist das Rathaus. Ja, 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 doch, das ist das Rathaus. Da ist die, da ist irgendwo in der Richtung ist die Schmiede. Und hier sehen wir jetzt die Kasse und da sehen wir auch den Kürbis. Das bedeutet, oder? Nee, wo ist das? Doch, doch, das ist das Rathaus. Das große Gebäude hier. Das ist eindeutig das Rathaus. Es ist kein Gebäude sonst so groß. Nee, 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 da gehen ja auch die Stufen dann hoch. Da gehst du dann rein. Und innen drin gehst du dann hoch. Ja, ja, auf jeden Fall. Ah, okay, dann wird der Shop wahrscheinlich einfach mitten im Dorf sein. Oh, ich freue mich schon so. Wir müssen gar nicht mehr lange warten. Ganz, ganz herzlichen Dank nochmal fürs Zuschauen. Und lass doch auch gerne eine Bewertung da. Kommentiert fleißig und abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal.